Heute möchte ich dir gerne einen Link empfehlen, und zwar einen Videoclip, den du bei YouTube dir anschauen kannst. Wir haben den Link unten auf dieser Seite angebracht. Und zwar geht es um einen amerikanischen Arzt, einen Kardiologen, also einen Herzspezialisten, Dr. John C. C. Crandall. Und dieser Arzt ist gläubiger Christ, jemand der für Kranke betet, der Auferstehungsglauben hat. Er war im Krankenhaus, als auf einmal ein Notfall passierte, ein Mann in den besten Jahren, erlitt einen Herzanfall und starb. Und er kam dann dazu, man hat Wiederbelebungsversuche gemacht mit Elektroschocks, aber es hat nichts funktioniert, der Mann war tot. Man bereitete alles vor und nach einer ganzen Zeit war Dr. Crandall dabei, den Raum zu verlassen. Und als er die Tür öffnen will, merkt er, wie Gott zu seinem Herzen spricht, er soll zurückgehen und für diesen toten Mann beten, der seit etwa einer Stunde keinen Herzschlag mehr hatte. Ich lade dich sehr herzlich ein, dir diesen Videoclip anzusehen und ich glaube, er wird dein Glauben an das, was Gott tun kann, aufbauen und dich segnen. Er wird dir zeigen, dass Gott mächtig ist und dass er eingreifen kann und dass er genauso auch in deinem Leben eingreifen kann. Wir glauben, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!